Die Bildungskarenz ist für viele von Ihnen sicher ein sehr spannendes und auch aktuelles Thema. Wenn Sie sich gerade in einem aufrechten Dienstverhältnis befinden, haben Sie alle vier Jahre den Anspruch, sich für eine Weiterbildung zwischen zwei und zwölf Monate zum Lernen von Kursen und Lehrgängen freistellen zu lassen. Die Freistellung vereinbaren Sie mit Ihrem Arbeitgeber oder Ihrer Arbeitgeberin. Drei Wochen bevor Ihre Bildungskarenz startet, können Sie den Antrag beim AMS einreichen. Hierfür benötigen Sie das ausgefüllte Formular Ihres Arbeitgebers oder Ihrer Arbeitgeberin und die Kursbestätigung von uns, Ihrem Weiterbildungsinstitut. Wir stellen Ihnen die Kursbestätigung gerne für Ihren Wunschtermin aus. Der Studienstart ist 365 Tage im Jahr möglich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017